Servus, klärst dich und hopp dich her zum Hohrgaben. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist... Halt! Lieber David, du bist heute der Gast. Mein Name ist Marc Wanke und ich freue mich auf die nächste Stunde, denn ich glaube, dass ich einiges über den David heute erfahren werde. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe Leute, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's gerade nur, sagt er, was Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, könnt's beim Hohrgarten hören. Ein Mann, der seine Herkunft nicht verleugnen kann. Ein Mann, der wortwörtlich auf allen Hochzeiten tanzt. Ein Mann, der eine Wildcard ins Werdenfelser Land bekommen hat. Ein Mann, der definitiv durch seine Socken auffällt. Ein Mann, den man in keiner sportlichen Herausforderung unterschätzen darf. Ein Mann, den man in seiner Freizeit meistens in der Natur trifft. Und ein Mann, der gerade sehr angespannt ist. Heute im Hohrgarten herzlich willkommen. Der eigentliche Gastgeber, Erfinder, Begründer David Stieler. Also, Marco, ich bin sehr begeistert von dieser Beschreibung. Bis auf den letzten Punkt finde ich mich in der Tat überall wieder. Ja, ja. Also ich hätte ja am Anfang, als wir diesen, nur zur Erklärung, liebe Zuhörer und jetzt auch zu sehr, wir befinden uns heute in der Natur, auf der Eckenhütte am Wank, haben ein traumhaftes Panorama, sind top ausgestattet und am Weg nach oben habe ich natürlich meinen Freund zufälligerweise David Stieler getroffen und ich dachte, er ist nervös. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon wirklich ganz schön lange eigentlich und er meinte, er ist angespannt. Natürlich ist er angespannt, weil sonst ist immer er, der das Ruder in der Hand hält, aber heute bin es ausnahmsweise mal ich. Wir haben ja das ja auch perfekt vorbereitet. Wir haben ja keine Vorbesprechung gemacht. Nein. Die Vorbesprechung hat ja im Grunde die letzten Jahre stattgefunden. Ja. Lieber David. Lieber Marco. Für die 50. Folge. Mich freut es wirklich sehr, sehr und es ist für mich fast ein Ritterschlag, dass ich dich heute interviewen kann und darf. Es werden sicher Seiten heute von dir beleuchtet, die man wahrscheinlich gar nicht so kennt. Es werden Seiten beleuchtet, wo man dich anders sehen wird, positiv. Und ich freue mich jetzt zuerst einmal, dass du es geschafft hast, diesen Podcast durchzuziehen. Weil es gibt ja sehr viele Leute, die einfach eine Eintagsfliege da mal so, unter anderem auch mich. Also ich habe ja zu Corona-Zeiten diese Facebook-Show-Passion, die Leidenschaft durchgezogen, aber nur während der Pandemie. Ich wollte es eigentlich ewig lang machen, aber habe ich nicht. Und du ziehst es jetzt seit wie lange? Also seit wann gibt es den Podcast? Seit 50 Folgen. Seit, oh mein Gott, da muss ich selber mal nachrechnen. Die erste Folge ist rausgekommen im März 2021. Wow. Mit dir als ersten Gast. Ja, ich weiß noch. Es war eine geile, wir haben ja zwei Takes gehabt, glaube ich, oder? Ja. Ja. Also das war ja noch dieses Reinarbeiten, die haben wir von dem ganzen Scheiß gar keine Ahnung gehabt. Also dieses schöne, so, ich habe das mal beim Hobby, beim Alten in der Bäckerei gelesen. Das Verreckte an guten Ideen ist, dass es in Arbeit ausartet. Ja, stimmt, stimmt. Und das war dann auch so, ja, mach mal einen Podcast und die Konzeptentwicklung hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert. Ja, natürlich war das Konzept halt klar, bloß noch keine Ahnung, ja, was brauchst du für eine Technik, wo lädst du das Teil hoch, wie bearbeitest du das? Und habe ja mit dir auch viel gesprochen und noch einen anderen Freund, der Radio- und Fernsehmoderation macht, der mir dann halt wichtige Tipps gegeben hat und der Rest ist dann einfach probieren und auf der Straße lernst du es dann. Und was ich allerdings auch seit der ersten Folge, was ich etabliert habe, ist, dass wir heute Bier trinken zum Vorgarten. Das ist aber ein Zufall. Haben wir denn ein Bier hier in der wunderschönen, am Wank hier, ein bisschen unterhalb der Mittelstation, die Eckenhütten, ist, glaube ich, der meistfotografierteste Punkt aller Instagramer und aller Postkarten und so weiter. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch, wir machen ja einen Beauty-Shot, heißt es im Fachjahr. Haben wir denn zufällig ein Bier hier, obwohl es nicht bewirtet ist? Ja, klar haben wir Bier. Und, also es wird ja nicht das Letzte sein. Nein. Ich habe ja noch was Einiges vorbereitet. Ja, ach so. Ja. Ja. Sehr schön. So, wenn ihr die Bremsen im Hintergrund hört, hier kommen nämlich auch Radlfahrer vorbei. Also um uns rum sind ungefähr 480 Leute, die sich alle sehr, sehr still verhalten, aber dieser Downhillfahrer muss das jetzt übertreiben. Prost. 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 Ist auch mal schön für die Zuhörer, dass die wissen, wir trinken das Bier auch wirklich. Ja. Und kippen das nicht irgendwie weg. Ja. David. Marco. Wie oft ich mir heute noch den Kopf anhören werde, egal. Also, wir beginnen beim kleinen David. Wir fangen ganz von vorne an. Erzähl einmal. Aufgewachsen, geboren und so weiter. Also der kleine David war eine Steißgeburt. Ach was. Ja. Ach, dass wir so, so intim werden. Ach. Schaut, dass der Mutter jetzt nicht hier am Tisch sitzt oder auf der Bank. Der, heißt das nicht, der gebärende Arzt, aber der Arzt, der diese Geburt betreut hat, hat gesagt, Frau Stieler, Ihr Sohn zeigt der Welt gleich mal, was ich Ihnen kann. Das war schon mal so der erste Einstieg. Das ist meine erste Erinnerung aus Erzählungen. Sieht sich aber auch wie ein roter Faden durch dein Leben. Ach. Er zeigt, was er kann. Ich denke, dass ich zeigen kann, was ich kann, aber die Welt kann mich nicht am Arsch legen. Das stimmt, aber ich finde, als dein Freund, das Thema Challenge im Sinne von Wetten, im Sinne von sportlichen Aktivitäten, im Sinne vom Berufsleben, dein Leben zeichnet sich schon immer so als Challenge ab, oder? Magst du dieses Thema Challenge? Ich weiß nicht, ob Challenge das richtige Wort ist, beziehungsweise gab es sicherlich mal eine Zeit, in der jung und noch nicht so weise, da war das sicherlich, war viel eine Challenge. Und jetzt glaube ich, es sind die Herausforderungen im Leben, hast du fast jeden Tag in vielen Situationen. Ja, ja. Challenge ist für mich so bewusst was ausgesucht. Und wenn ich jetzt bewusst eine Challenge mache, irgendwie einen Wettkampf, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, dann sehe ich es als Challenge. Ansonsten, weiß ich nicht, das ist mir zu... Also wir kommen ja auf deine ganzen Challenges, liebe Zuhörer und Zuseher. Das Wort Challenge werde ich jetzt immer als Triggerpunkt benutzen, um dem lieben David auch aufzuzeigen, dass sein Leben wirklich aus sehr vielen Herausforderungen, Challenges besteht. Aber jetzt fangen wir an. Aufgewachsen in Suhl, Bruder, Mutter... Also der Vollständigkeit halber. Ich bin geboren in Görlitz, das ist an der deutsch-polnischen Grenze, die östlichste Brauerei Deutschlands. Kannst du polnisch? Nein. Russisch? Russisch habe ich in der Schule gelernt. Kannst du noch was sagen? Меня зовут David. Also das heißt, mein Name ist David? Ich kackte, bia, зовут. Desavut, Marco. Меня зовут, Marco. Ja, siehst du das, ja. Also Rudimente. Aufgewachsen, klassisch, mittelständisch-bürgerlich oder gab es... Mittelständisch-bürgerlich. Ich rede von so... Sonntags wird mittags gegessen, dann Kaffee, Kuchen und dann wird spazieren gegangen. Also mittelständisch-spiesig nicht. Nicht? Nein, es ist witzig, ich habe doch in Vorbereitung auf das Gespräch darüber nachgedacht, welche Fragen könntest du mir stellen. Und solche, so dieses klassische, irgendwie Kaffee, Kuchen und Schischi gab es nicht. Also es war ein relativ lockeres Umfeld. Und da ich ja, also ich bin ja dann, also rückblickend, sage ich glücklicherweise, sind meine Eltern ja dann nach Albrechts, heißt das Dorf, in Südthüringen gezogen. Und da bin ich aufgewachsen und auf dem Dorf groß werden, ist ja einfach paradiesisch. Wie hat so ein klassisches Wochenende bei den Stielers ausgesehen? Kann ich dir nicht sagen. War es da so eine lockere Familie oder wie kann man sich das so vorstellen? Ich meine, du bist ja 89, ist ja die Mauer gefallen. Es wäre jetzt ja blöd, zu sagen, wie war es damals. Ich glaube, da warst du zu jung, um dieses Umfeld überhaupt zu verstehen, weil du kanntest das ja nicht anders. Aber dieser klassische Sonntag zum Beispiel, wie hat der bei den Stielers ausgesehen? Kannst du ja, das war, wir waren beim Fahrradfahren, waren draußen, also wir hatten, also irgendwie schließt sich ein gewisser Kreis von der östlichsten Brauerei Deutschlands, haben wir in direkter Nachbarschaft zum Gasthaus Hirsch gewohnt und die Family hatten auch mehrere Kinder und mit denen haben wir dann halt immer da umeinander gespielt oder sowas. Und hinter unserem Haus ging die sogenannte Brauwiese hoch, hieß Brauwiese oder heißt Brauwiese, weil damals von der Brauerei, da haben sie in diese Wiese einen, oder in den Hang einen Keller reingeschlagen und mit Eisschollen dann im Prinzip den Sommer über das Bier dort kalt gehalten. Und da haben wir gespielt, also nicht im Keller, aber auf dieser Wiese und halt im Dorf mit dem Fahrrad umeinander und irgendwas. Das Thema Sportaktivitäten, wie war das in der Jugend? Das war schon recht vielfältig. Also es gab in Albrechts einen, es gibt immer noch einen Sportverein, damals war das Motor Albrechts und hatte verschiedene Sektionen. Ganz groß war die Sektion Ringen, Fußball und Ski. Und ich habe mit, keine Ahnung, vier, fünf Jahren oder so, habe ich mit dem Skifahren angefangen. Dann habe ich gerungen, dann habe ich mal Fußball gespielt, Skispringen gemacht, wieder gerungen, wieder Fußball gespielt. Skispringen? Ja, alles so gedöhnt, ja. Skispringen auch? Ja. Und dann kommst du nach Garmisch, wo eine riesige Skisprungstanz entsteht? Ja, ich habe vielleicht zwei Winter bin ich gesprungen oder so. Okay. Aber nicht jetzt hier mega erfolgreich. Wie war der David, der kleine David, fünf Jahre? War das so ein kleiner Bengel? War das so ein kleiner introvertierter Junge? War das so ein, ich will es versuchen, die Leute zu unterhalten? War das so ein Typ, ich will versuchen, ja nicht anzuecken und ja keinen Anschluss von der Mama zu bekommen? Was für ein Typ warst du früher? Ich glaube, wenig anders als jetzt. Ich habe mit meiner Mama telefoniert nochmal, falls die Frage kommt, was wollte ich beruflich werden? Ja. Und da hat sie gesagt, keine Ahnung, du hast nie was geäußert, was du gesucht hast. Du wolltest einfach nie arbeiten. Ich wollte nie arbeiten. Wolltest einfach sportlich sein. Das machen, was ich jetzt mache. Nein, sie hat immer gesagt, was ich immer gesucht habe, war eine Bühne. Ja. Und so war ich, glaube ich. Also irgendwo mich präsentieren oder halt labern, irgendwelchen Schmarrn machen. Und ich glaube, wie war ich als Kind? Sicherlich ein positiv besetztes Arschlochkind. Ja, 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 ja. Also wir waren ja auch, also ich habe ja noch zwei Geschwister. Also meine Schwester zwei Jahre jünger, mein Bruder vier Jahre jünger. Da ist halt schon Tohuwabohu, gell? Und also einerseits war ich sicherlich der fürsorgliche Bruder. Wollte dich gerade fragen, warst du mit Sicherheit, oder? Und dann gab es halt so dieses Gestritt dann untereinander. Kindergarten, alles wunderbar? Oh, das dachte ich jetzt nicht, dass du beim Kindergarten schon atmest. Ja, ich war nicht im Kindergarten und ich war mal, also ich... Wie bitte? Ja, ich war mal im Kindergarten und... Wie mal? Ja, ich habe das halt getestet, oder? Ja, ich war im kirchlichen Kindergarten in Suhl und da habe ich dann nach irgendeiner, nach einer gewissen Zeit habe ich zu meiner Mama gesagt, da will ich nicht hin, das ist mir zu laut. Ach. Und dann war ich in Albrechts im Kindergarten und da gab es kein Kava und da habe ich gesagt, da möchte ich auch nicht mehr hin. Und dann hat es ja verletzt. Dann war das Thema gegessen, ja. Und dann quasi gleich als ungelernter Quereinsteiger in die erste Plätze. Ja. Ohne Ausbildung einfach rein in die Schule. Ja, genau. Als Quereinsteiger... Ja. Dann reingerutscht in die erste Klasse, ja. Was, ähm... Ich versuche immer das auch bei mir dann auch... Ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie heute das Gespräch ablaufen soll. Für mich war ja Schule vom ersten bis zum letzten Tag ein Magenkrampf-Thema. Wirklich, ich habe jetzt noch Albträume, wo ich in der Schule sitze. Und der Albtraum besteht darin, dass ich einfach nur in der Schule sitze. Wie war für dich so das Schulleben? Boah, also wenn ich jetzt sage, war die Schulzeit eine geile Zeit. Wirklich? Ja, das war witzig. Also wir hatten ja, also in die ersten Jahre, wir waren, ich glaube, 13 Kinder in der Klasse, oder? Und die waren halt aus zwei Dörfern. Und danach war es... Ich habe positive Erinnerungen an die Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das deckt mit der Meinung meiner Eltern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich halt auch gerade in der Abi-Zeit, da war ich regelmäßig mit meiner Mama zum Eltern-Schüler-Lehrer-Gespräch. Ja. Und meine damalige Klassenlehrerin oder Stammkursleiterin, die Frau Priesnitz oder Vogt, hat dann immer gesagt, ja, Frau Stieler, der David, der ist ja, der hat es ja auf dem Kasten, aber der ist einfach nur zu faul. Und er soll mehr machen. Und dann habe ich gelobt, mehr zu machen. Und meine Mama hat gesagt, okay. Meine Lehrerin hat gesagt, okay. Und dann sind wir wieder gegangen. Und dann hat sich das Spiel halt wiederholt und gleiche Schallplatte aufgelegt. Aber es ging dann irgendwie. Also das ist klassisch wie bei uns, vierte Klasse Volksschule oder hast du Umwege? Ja, nicht Umwege. Also das war ja zu DDR-Zeiten, da gab es ja die Polytechnische Oberschule. Das war bis zur zehnten Klasse ging das. Und ich war vier Jahre im Nachbarort, in der Wilhelm-Holland-Moritz-Grundschule oder keine Ahnung, wie das damals hieß. Und dann habe ich zwei Jahre, war ich dann in der nächsten Stufe und dann kam die Wende. Und damit hat sich dann die Möglichkeit auch des Abiturs eröffnet. Das war ja früher gar nicht so einfach möglich. Da wurde ja nicht jeder, der Abi machen wollte, konnte das ja machen. Ach! Du warst ja abhängig davon, wie parteitreu sind deine Eltern. Nein! Ach, das hing nicht an den schulischen Leistungen oder so? Nicht zwingend, ja. Ach was! Meine Eltern waren jetzt nicht gerade die Paradebeispiele für parteitreu, eher waren sie auf der... Kritischen Seite. Auf der kritischen und halt auch auf der Umbruchseite. Also weil du vorhin sagtest, was habe ich von dieser Zeit damals mitbekommen. Also ich habe relativ viel mitbekommen, weil meine Eltern da sehr aktiv waren. War das nicht für dich als Kind auch so ein bisschen spannend oder so ein bisschen nervenaufreibend? Also ich kann mich nur erinnern, wo es dann hieß, die Mauer ist gefallen, weiß ich jetzt noch. Da bin ich zum Telefon und habe meine Tante angerufen, die witzigerweise nicht im Osten gelebt hat, aber ihre Familie da ordnet war. Das war für mich so ein Ereignis, ich werde das nie vergessen. Das war abends, das war alles so. Wow! War das für dich auch so? Und in dieser Fort, also diese zwei, drei, vier Monate davor, war das nervenaufreibend? Das ist nervenaufreibend nicht, bloß ich behaupte von mir, ich habe es anders wahrgenommen als ein Großteil der Bevölkerung. Weil ich ja schon gemerkt habe, dass mit meinen Eltern da gibt es eine gewisse Spannung, die sich aufbaut. Sie waren viel weg, sie waren nachts irgendwie unterwegs und haben ja dann damals auch die Stasi mitgestürmt und halt auch so ein neues Forum mit aufgebaut. Und haben also auch da so moderierend und umbruchsmäßig sich im Prinzip betätigt. Als dann die Mauer gefallen ist, ich weiß nur, das war am 9. November, am 10. November, irgendwie war man in der Früh wach. Und dann hast du schon gemerkt, ja, irgendwas bewegt sich. Und dann kommt mein Vater in der Früh und sagt, ja, ich war gestern, war ich in der Berde. Nein, Quatsch, nein. Doch, doch, ich war da und da ist er halt mit seinem Trabi, also von Albrechts bis damals Händeberg, was waren das, glaube ich, 40 Kilometer oder 35. Er hat dann nachts mit dem Trabi hingefahren und hat sich mit dem Grenzer gesagt, die Grenze ist offen. Das wussten die halt da an dem südlichsten Zipfel von Thüringen noch nicht. Nein! Da hat dann dieser Grenzer nach Berlin telefoniert und gesagt, ja, das ist so, das stimmt. Und dann ist er mit dem Trabi halt mal nach Merik dort gefahren. So alt, fast einer der Ersten wahrscheinlich, weil sonst jetzt, nein! Ach, aber... Und dann die nächste Erinnerung, die ich dann habe, und dann war dann irgendwie an dem, wir hatten ja damals noch Samstagsunterricht. Ja. Und an dem Samstag, witzigerweise, war die halbe Klasse krank, weil sie alle weggefahren sind, ja. Also warst du auch zu diesem Zeitpunkt in der heißen Phase, warst du auch für deine Geschwister die ganze Zeit da, oder? Wenn deine Eltern immer unterwegs waren und aktiv waren. Ich könnte jetzt großzügig sagen, ja klar war ich da. Ja, ja, war so. Wenn dann unbewusster, ich weiß es nicht, aber so ist es bestimmt, ja. Abitur gemacht, geschafft, gut, schlecht, mittel? Oh! Oh, ja. Also ich wette, du schaffst meinen Durchschnitt nicht. Also der, das war echt geil. Ich hatte Deutschgeschichte-Leistungskurs. Jawohl. Das habe ich halt schriftlich gemacht. Dann hatte ich die nächste schriftliche Prüfung, war Mathe und mündlich Musik. Mündlich Musik? Ja. Das bestand dann aus Pfeifen, oder wie? Ja. Klatschen, Tanzen. Klatschen. Ja, auch ein Deutschgeschichte ging irgendwie. Dann hatte ich die Mathe-Prüfung und bin dahin, habe die Mathe-Prüfung geschrieben. Und dann nachmittags haben wir uns getroffen und ein Schulfreund von mir, dessen Onkel war in einem Nachbarort, Mathe-Physik-Lehrer. Und der fragte mich dann so, und David, Mathe-Prüfung. Ich sage, Rolf, top. Ja, was hast du dann dahin geschrieben? Ich, das, falsch. Da, das, falsch. Da, das, falsch. Am Ende hat er mir halt so eine mitgegeben, dass ich in der Mathe-Prüfung zwei Punkte hatte. Ach was. Da hatte ich zwei Punkte und dann hat alles an der Musik-Prüfung gehangen. Und damals gab es die Möglichkeit, wir hätten auch ein Instrument spielen können. Und ich hatte mal in meiner Jugendzeit, habe ich Trompete gespielt und habe dann diese Trompete wieder rausgegraben, habe dann die in der Vorbereitung zur Musik-Prüfung, habe ich da mal die Trompete vorgespielt. Da meinte meine damalige Musiklehrerin, die Frau Pfeiffer, gesagt, David, lass das mal lieber sein, sing ein Lied. Und da gab es dann diese Vorbereitungsstunden für die Abiturprüfung. Sing einfach ein Lied. Naja, und dann gab es ja, oder sing oder interpretiere ein Lied. Und dann haben wir ja da irgendwie so testweise drei, vier Lieder interpretiert und dann hat sie gemeint, ja, auf dieses Lied würde ich, also da, das wäre ganz gut, wenn ihr das wisst. Und damit habe ich gemeint, das kann nur dieses Lied sein. Also ich habe nur ein Lied vorbereitet gehabt, alles andere nicht. Also es hätte mir echt, ich hätte richtig verkacken können. Aber dann, das kam halt auch dran. Welches Lied? Ich meine, es war heute hier, morgen dort, bin kam da, muss ich fort, habe mich niemals deswegen beklagt. Das könnte es sein, oder die Gedanken sind frei. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Macht nichts. Welchen Schnitt? 3,4 oder so. Nein! Ich auch. Geil. Also 3,4, also kenne ich wenige, die das... Aber das ist zum Beispiel, mir ist es so scheißegal, was du in deiner... Ja, genau, es hat mich auch nie jemand gefragt, was da drin steht, es sei denn, wenn du jetzt irgendwie... Nee, aber das zeigt halt mir, dass du wirklich auch schlecht warst. Also, weil ich war wirklich schlecht, aber dass du auch 3,4, also das heißt auch, dass du schlecht warst. Aber es freut mich, das hat ja nichts auszusagen. Ja, damit kannst du dich immer noch verbessern. Ja, natürlich. Wenn du immer gleich eine 1,0 hast, ja, dann geht es nicht mehr nach oben. Eben. Dann wird die Luft dünn. Ja. David, zum Abitur, wie alt warst du? 18, 19, 20? Ja, 18 war ich da. Also keine Proberunde, irgendwann einmal nochmal, bist du sitzen geblieben? Nee, bin ich nicht. Brav? Bin ich nicht. War der David damals sportlich, wie muss man sich das vorstellen? War er ein klassischer Jugendlicher auf jeder Party? Weil da, ich versuche immer so ein bisschen aufzubauen, ja, auf jeder Party? Ja. Ja. Und Sportler? Ja, eher weniger, also Fußball habe ich gespielt damals, wie wahrscheinlich relativ viele in dem Alter und das, was ich jetzt mache, hat mich damals null interessiert. Da war halt ein bisschen Fußball spielen, hier an diesem, das darf man auch nicht ganz vergessen, Prost. Prost, ich habe schon ganz, ähm, Muppert fahren, Muppert schrauben, also was ja auch ganz wichtig ist, also Suhl ist ja die Simson-Schmiede, also die Schwalbe ist sicherlich einigen bekannt und das S51, S53 und, ähm, damit hatten wir einfach Zugang zu, zu den ganzen Materialien, beziehungsweise... Billiger auch, oder? Ja, billiger nicht unbedingt bloß. Im Freundeskreis gab es halt ganz viele, wo die Eltern dort als Meister waren und auf einen 70er Zylinder auf einen 50er Motor drauf schrauben und irgendwelche Kanäle feilen oder dann sich das Zeug holen. Was hattest du für eine als allererstes? Ähm, ja, eine S51 für 30 Mark von meinem Sportlehrer Manfred Skara abgekauft. 30 Mark, also 15 Euro, heutzutage zahlst du, glaube ich, 3.000 Euro oder sowas. Wow, wow. Ja, und das war halt damals wichtig, ja, und Partys natürlich, klar, alles mitgenommen, was ging. Wir hatten damals eine, das hieß die Hütte, im Dorf, also am Sportplatz oben und das war das so irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das zum ersten Mal herkam, das wurde dann so wie von den Generationen weitergegeben und da oben waren halt irgendwie so ein paar Stockbetten in den Ofen und jedes Wochenende ging es da oben. Halligalli. Vollgas. Musikstil damals? Musikstil damals, ähm, tendenziell so Nirvana, Cypress Hill. Klassisch, ja, ja, klassisch, ja. Also das war, glaube ich, nicht, glaube ich, das war das und, also wer mich ja seit Jahren oder immer begleitet ist, der Udo Lindenberg. Udo Lindenberg? Ja. Witzig, habe ich vorgestern eine Dokumentation über ihn gesehen, jeder Mensch weiß, dass seine Fotografin seine Lebenspartnerin ist, aber er gibt es einfach nicht zu. Hast du es gewusst? Nein, ich wusste es nicht. Siehst du, wollte ich einfach nur sagen, er hat ja diese Stimme, die macht mich fast ab und zu, wenn er Interviews gibt. Das ist ein bisschen manzinnig, wenn er so diesen Nacht hier, das Schlimme ist, du weißt, dass man sieht. Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Also Udo Lindenberg. Das war mein erstes Konzert, auf dem ich gewesen bin, in der Stadthalle der Freundschaft in Suhl. Da haben wir, aus Zaunslatten und irgendwie ein grünes Betttuch, haben wir einen Banner drauf gemacht, auf dem stand einfach nur Udo. Wow, wie kreativ. Dann sind wir da rüber gefahren mit meinem Papa, glaube ich, und das Konzert fing nicht richtig an und dann hat es angefangen zu brennen und dann wurde die Stadthalle evakuiert. Schön. Und dann gab es irgendwann ein paar Wochen oder ein paar Monate später, gab es dann das Nachholkonzert. Dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein Suzuki Alto. Witzig, dass man, also normalerweise, Entschuldigung, normalerweise ist es ja so, dass desto älter man wird, desto, ja, man verbessert sich ja auch mit den Autos. Bei dir ist es andersrum. Spinnst du? Ich glaube jetzt, in den letzten zwölf Jahren hast du ungefähr 38 BMWs gehabt, wenn man die, äh... Also wenn ich meinen Freund Alex nicht hätte, würde ich immer noch so so wie Alto fahren. Also du, also man weiß, du hast ja jedes Auto, glaube ich, nur immer ein Jahr. Ja, maximal zwei. Nein, 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 das stimmt nicht. Also ich, also mein, ich, mein Verständnis von Nachhaltigkeit ist ja, Dinge so lange zu nutzen, bis sie kaputt gehen. Ja, aber du kaufst sie ja schon kaputt. Nein, ich kauf sie alt. Ja. Also das ist halt, und, also mein aktuelles Auto ist Baujahr 2000 und ich weiß jetzt, dass er bis Ende, also dass er 2000, 2023 im September, danach muss ich ihn beerdigen. Das ist in sechs Monaten. Ja, und ich kann ja jetzt mal die Schwarm, nicht Schwarm-Dilegenz, aber ich kann einen Aufruf starten, also ich suche ab spätestens September ein neues Fahrzeug, bestenfalls einen Dreier oder Fünfer-BMW. Ganz wichtig ist... Ein Kombi. Ein Kombi und es darf... Automatik, Leder, Sitzheizung, bitte Klimaanlage. Budget dreieinhalb Tausend Euro. Maximal. Ja. Und ich glaube, vorher sollte dieses Fahrzeug noch vom Uwe und vom Flo in Augenscheinnahme genommen werden, weil von den beiden kriege ich immer auf die Mütze, wenn ich irgendwelche alten Kisten anschleppe, an die zum Herrschrauben müssen. Jeder? Jeder, wenn du mit deinem neuen Auto kommst, schüttelt mir den Kopf. und denkt sich, die Reise beginnt von vorn. Jedes Mal. Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass die Menschen mit dem Kopf schütteln. Nein, also nicht bösartig, sondern so... Mein Gott. Wer ist denn jeder? Ich. Okay, dann bist du... Ja, schön, wenn du das Sprachwort bist von allen. Also Flo hat eine Garage, hier ist Werkstattmeister, Kfz-Meister. Der schüttelt mit dem Kopf. Aber der schüttelt ja vor meinen Augen mit dem Kopf. Ja, richtig. Also da gibt es schon einige. Da gibt es schon einige. Aber das ist ja jetzt nicht so ein Kopfschütteln wie... Sondern so... Ja, das ist er halt. Vielleicht ist es ein Nicken. Ein anerkennendes Nicken, was andere als Kopfschütteln... Du, Abitur vorbei. David ist kurz davor, dass er sich überlegt, dass es sein könnte, dass es eventuell bald so ist, dass er erwachsen wird. Und die Überlegung habe ich noch nicht beendet. Da bin ich immer noch mittendrin. Das ist das Schöne. Ich habe gestern, nach ewigen Jahren, ich durfte gestern Musik machen bei einem Geburtstag und habe da eine Bekannte getroffen, die ich jetzt 15 Jahre nicht gesehen habe. Und die hat einen Satz gesagt von an dieser Stelle, Eni, danke für diesen schönen Satz. Marco, du bist einfach Berufsjugendlicher. Und da hat sie recht. Da hat sie recht. Das ist gut. Und das wichtig ist, dass wir uns das bewahren. Ich hatte mal... Ne, das werde ich nicht droppen hier, sonst macht das jemand anderes. Ich erzähle dir mal, abseits des Mikrofons, von der Podcast-Idee, die ich habe. Erzähl. Nein, ich kann sie nicht erzählen. Du bist ein kleines Pisshörnchen. Ich habe mir gedacht, ich bin hier in einer heimeligen Atmosphäre, vertrauensvoll. Dabei will ich dir jetzt internas entlocken. Nein, das wirst du nicht schaffen. Also pass auf, wir haben die Idee... Nein. Nein. Also, ja, das war ja zu dem Zeitpunkt, hatte ich, es kam, die Gemengelage war etwas herausfordernd. Ja. Nach meinem Abitur. Ich hatte meinen, wie viel erzähle ich denn jetzt überhaupt? Ja, ich habe dann meinen Zivildienst begonnen. Also ich hatte ja Ende Juni 1997. Also für viele, die das noch nicht wissen, das war noch, da haben wir noch mit dem Markt bezahlt und hatten noch keine Smartphones. Oh, war das schön. Da habe ich, also war ich fertig und habe dann am 1.12. den Zivildienst beim Sportverein in dem Dorf, wo ich lebte, angetreten. Was ich ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, komplett in meinen Augen, würde ich sagen, der David, so wie ich ihn kenne, sportlich, naturbezogen, sucht die Herausforderung. Warum wäre die Bundeswehr nichts für dich gewesen? Ich wollte keinen Dienst an der Waffe, das liegt wahrscheinlich, also das kam nicht wahrscheinlich, sondern sehr sicher vom Elternhaus raus, wollte ich das nicht. Und das mit dem Zivi hat sich halt irgendwie ganz lässig angelassen. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das hat sich einfach angeboten. Und zu der Zeit damals war der Zivildienst noch 13 Monate. Ja. Also habe ich am 1.12. angefangen und habe dann bis 31.12. 1998 Zivildienst gemacht. In welchem Bereich? Ja, im Sportverein. Mit meinen, also, ja, die Aufgaben waren, also auf dem Sportplatz Rasen mähen, die Linien ziehen, die Säuberungsarbeit. Wie viele Sportplätze habt ihr denn hier im Umkreis gehabt? Im Sportverein, lass mich doch mal weiterreden. Also eigentlich willst du nicht sagen, du hast nichts gemacht. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du dich jeden Tag geweißelt hast, diese Linie gezogen hast. Ich habe gebuckelt wie ein Sau. Und das nicht alleine, sondern mit meinem guten Freund André Pfeufer. Der war mein Zivildienstkollege. So. Der ist jetzt, also... Ich muss jetzt nur, dass man das versteht. Ihr hattet jetzt einen normalen Rasenmäher oder musstet ihr den Rasen mit der Nagelschere schneiden? Wir hatten einen Aufsitzrasenmäher. Und es gab ja neben dem... Nichts getan zwölf Monate. Neben dem Sportplatz gab es ja auch noch eine Turnhalle, eine Sporthalle mit einem Anbau. Da musste ja auch viel gemacht werden. Was denn? Ja, du musstest, das Parkett musstest du reinigen. Das war es einmal. Es gab die Ringermatte, die musste jeden Tag desinfiziert werden. Es gab da Duschen. Wir haben draußen, wir haben Umbauarbeiten gemacht. Wir haben Schweißbahnen auf Bunkerlos verlegt. Wir haben eine Turnhalle von außen gestrichen, gemalert. Und wir haben auch hier und da, ja, ein wenig gesandelt. Nein! So, und jetzt kommt das aller Geiste, gell? Dieser Zwiebel... Es tut mir leid, wir haben den Fußballplatz gemäht, die Linien gezogen. Ja, okay. Und es war ja nicht immer ständig jemand da. Du hast ja Urlaubsanspruch auch. Ja, man hat ja Urlaubsanspruch. Natürlich, man muss ja mal ein bisschen auch die Seele baumeln lassen, wenn man so unter Druck steht. Dann haben wir Kindermannschaften drin. Trainiert. In was? Im Fußball hoffentlich. Nein, im Turnen. Im Turnen. Komischerweise hast du jetzt vorhin gar nicht so das Thema Turnen beleuchtet. Also du warst gar kein Turner eigentlich, oder? Nein. Aber das haben wir den Kindern schon beigebracht. Ja. Ja. Wilde Zeit. Wilde Zeit, ja. Und die wilde Zeit wurde damals entlohnt mit einem Zivildienstsold von 650 Mark. Ja. Und davon habe ich dann daheim noch Kostgeld abgegeben, weil du während, also damals war es so, während des Zivildienstes haben deine Eltern kein Kindergeld mehr bekommen. Ja. Und zum 01.01.1999 wurde ich ja dann arbeitslos. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat mir damals irgendjemand erzählt, wenn du das bei dem Arbeitsamt richtig verkaufst, dass du Bautätigkeiten während deines Zivildienstes gemacht hast, dann bist du als Bauhelfer, das war damals zu dem Zeitpunkt so die höchste Kategorie eingestuft worden, von heute auf morgen habe ich auf einmal 1500 Mark Arbeitslosengeld bekommen. Und meine Eltern auch wieder Kindergeld. What? Und jetzt erzählst du meinem 21-Jährigen, dass er mit 1500 Mark die Arschbacken zusammenkneifen soll und soll mal schauen, was er mit seiner Ausbildung oder mit Studium irgendwas macht. Wenn es so leicht geht. Und da hat es natürlich Tür und Tor geöffnet. Das war Party on nahezu. War dann schon die Richtung bei dir klar? Ach, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die eine Richtung war klar, dass nach, ja so, es muss dann so im Juli gewesen sein, dass meine Mama zu mir gesagt hat, David, wenn du jetzt nicht bald irgendwann eine Ausbildung hast, dann schmeiß ich dich raus. Ich bin kein Hotel. Und meine Mutter macht das. Das waren keine leeren Worte. Meine Mama hat auch mir schon mal mein komplettes Kinderzimmer aus dem ersten Stock in den Innenhof reingeschmissen, weil ich nicht aufgeräumt habe. Also ich wusste, das sind keine Plattitüden, sondern das zieht sie durch. Ja, dann habe ich dann halt irgendwie, wenn ich jetzt die Bewerbungsbilder noch von damals sehen würde, ich hätte mich damals auch nicht genommen hier als Immobilienkaufmann, großen Außenhandelskaufmann, irgendwie so ein Bullshit. Und im September 1999 sagte ein Schulfreund von mir, David, komm mal mit, ich studiere doch schon in Schmalkalden Maschinenbau. Vielleicht haben die noch was frei. Dann bin ich im September mit dem Duk, Spitzname von ihm, nach Schmalkalden gefahren. Bin in das Studentensekretariat und habe gesagt, was haben sie noch frei? Und dann sagten die Maschinenbau, E-Technik und BWL. Da habe ich gesagt, dann geben sie mal die BWL-Unterlagen mit. Habt ihr ausgefüllt. Ohne jegliche Richtung. Also einfach nur machen, bevor die Mama mich oder mein Hab und Gut wieder auf dem Innenhof Ja, einfach mal machen. Ja, und dann habe ich mich da beworben im Grunde, noch nach der Einschreiberfrist und habe dann eine Woche vor Beginn die Zusage bekommen. Und da war ich erst mal happy. Und habe dann während des Drei-Semester-Grundstudiums, das war für mich echt eine Quälerei. Also nach der Zeit des Sandelns erst mal wieder zu lernen und auch zu wissen, was ich machen will. Da waren ja Sachen dabei wie Statistik und Rechnungswesen. Also das hat mich ja völlig abgefuckt. Wenn man jetzt von der Note im Abitur 3,4 schließen kann, also ich kann nur, weil ich es ja selber auch hatte, habe ich ja nur unter Druck lernen können oder müssen. Also ich wusste, es ist eine Prüfung. Es ist eigentlich schon alles zu spät. Jetzt muss ich Gas geben, dass ich eine 2 schaffe, damit ich auf eine 4 komme und so weiter. Sprich, ich hatte Druck und unter Druck entstehen zwar Diamanten, wie man so schön sagt. Ja. Wunderschöner Scheiß. Ja, aber ohne Druck wäre ich jetzt noch in der Volksschule wahrscheinlich. Du warst dann im Studium, hattest keinen Druck, keinen Bock drauf eigentlich? Doch, ja, doch schon. Also es war, ich habe dann, also auch beim Studium natürlich, ich grüße hier mit meine Freunde vom Studentenclub Schmalkalden. Ja, ich auch. Also es gab, also es gibt immer noch den Club SM, also SM ist das Kennzeichen von Schmalkalden, nicht da, dass irgendwelche Irritationen entstehen. Das ist das offizielle Partyorgan der Fachhochschule gewesen und ist es nach wie vor noch und da bin ich relativ schnell dann dazu gestoßen. Und das war... Und hast auch mit BWL-Grundwissen Partys geschmissen. Nein, das Wichtigste war Schank-Grundwissen und Gastro-Grundwissen. Bier billig, Bier viel, Bier schön. Party rollen. Das waren nicht die Grundwerte, aber das waren die wichtigsten Zutaten, ja. Und dann drei Grundsemester, wie ging es weiter? Ja, dann, ja, das drei Grundsemester ging ja nicht so weiter, weil ich hatte ja dann einen, hatte ich mich ja glücklicherweise in einen Drittversuch hineingeschrieben. Also wenn ich, wäre es blöderweise nach zwei Jahren dann vorbei gewesen. Und dann im Hauptstudium wurde es dann richtig witzig, weil da kamen dann die Schwerpunktfächer und da habe ich mir das dann rausgesucht, wo ich Bock drauf habe. Und das war dann Tourismuswirtschaft und Produktion und Logistik. Und jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Yes. Tourismus. Wie viele Jahre studiert? Oh, 15 Semester. Das geht ja. Also bei einer Regulatur. In einer Regelstudie. Und dann haben wir einen Dr. Rittel, haben promoviert, haben irgendwelche wegweisenden Forschungsergebnisse. Ja gut, aber diese Art von Mensch, die das im 15 Semester durchzieht, die leben ja nicht. Die wollen einfach da schnell durch und sagen, ich versuche jetzt das Jurastudium so schnell wie möglich abzuschließen, damit ich mir ganz schnell durch meinen ersten gehaltenen Porsche kaufen kann. Und so ein Typ bist ja, weil ich ja, weil ich ja gelebt habe und immer noch lebe, deswegen habe ich ja länger gebraucht. Und es war ja, neben dem Ständenclub gab es ja noch viele andere Veranstaltungen. Also das ist ja auch ein, das ist ja, glaube ich, einer der prägendsten Phasen in meinem Leben gewesen. Und zwar gibt es ja in dem Dorf, wo ich herkomme, oder in Südthüringen, gibt es die Tradition der Kirmes oder Kirmes. Das ist jetzt nicht wie hier im... Ihr habt ja sehr viele solche Traditionen. Also ihr habt diese Kirmes, dann hast du mir erzählt, du gehst auf irgendein Feld, wo man irgendwas... Das Kohlenschlagen, das ist ja in Nord-Ost-West-Thüringen. Ja, aber ihr habt hier so schöne Traditionen... Das haben wir doch auch, Storheben, Bierzelt... Ja, gut. Das ist ja nichts... Im Kern ist es nichts anderes. Man kriegt ja bloß, die kennt einen Namen. Im Bierzelt gehst du zum Storheben und gummst zehn Mass oben und bei dem... Also die Kirmes oder Kirmes ist jetzt nicht mit irgendwelchen komischen Rummelgedöns und Zuckerwatte, sondern das hat in der Tat einen sehr historischen Hintergrund. Das ist das Kirchweihfest, wo dann auch damals die Bauern im Grunde einmal das Erntedank gefeiert haben und zugleich mit gewissen Traditionen die Felder vor Blitzhagel, Donner und sowas schützen wollten. Und das ist eine sehr intensive Zeit und das kostet halt Leberwerte, kostet Schlaf, gibt Falten und viel Zusammenhalt. Was war denn so deine Position, wenn du... Schau mal, dass du hier das Mikrofon... Was war denn so deine Position auch nicht nur beim Feste feiern, sondern beim Feste organisieren? Ja, im Grunde... Ich will nicht sagen alles. Wir waren ein kleines Team. Also es hat sich, witzigerweise, hat sich durch diese Arbeit bei der Kirmes oder durch die Arbeit im Studentenclub, war das im Kleinen das, was ich dann später hier in Gammespanen-Kirchen angefangen habe. So, du hast im Kleinen angefangen, Feste zu organisieren. Das hat sich dann im Laufe deiner Karriere nach oben geschraubt. Danke, lieber Kopf. Es ging Studium abgeschlossen. Ja. Nächste schwierige Phase für den David. Wo geht's hin? Das war... So schwierig war das im Grunde gar nicht. Das Schwierigste war damals nach dem Grundstudium, brauchte es dir ein Praxissemester, eine Praxisstelle zu finden, Praxisplatz zu finden. Praktikumsplatz, Praxisplatz. Was labe ich denn für eine Scheiße? Praxisplatz hat man beim Arzt. Ja. Habe dann den Praktikumsplatz gesucht und bin dann glücklicherweise in die damalige Kurverwaltung nach Gammespanen-Kirchen gekommen. Und das verstehe ich immer nicht. Was? Du warst weit weg. Warum? Also hast du dann in eurem Tagblatt geschaut, offene Stellen oder wie Gammespanen-Kirchen? Warum? Ich habe halt einfach alle so Tourismusorganisationen abgeklappert und habe da halt Bewerbungen hingeschickt. Ach, Gammespanen-Kirchen war gar nicht deine erste Wahl. Das war alles meine erste Wahl. Sehr gut, Gammespanen-Kirchen. Ich habe doch damals von dem ganzen Geschäft überhaupt keine Ahnung. Da habe ich mal geschaut, wo die Reise hingeht. Und dann bin ich halt damals 2003 hergekommen, habe das Praktikum dann so ein Vierteljahr gemacht, habe das dann verlängert noch. Und damit war ich infiziert vom Ort, von den Menschen. Aber wie man so hört, dein Leben in Suhl, daheim, du warst sehr involviert, dich kannte man. Du hast dort dein ganzes Leben verbracht. Also du warst ja schon sehr, sehr in deine Heimat involviert oder warst sehr heimatverbunden. War das für dich nicht schwer, dann einfach loszulassen und sagen, ich gehe woanders hin? Mal für ein Praktikum oder es war ja nicht geplant, dass du hier bleibst, oder? Nein, das war nicht geplant. Das war schon ungewohnt. Meine Mama hat immer gesagt, wenn du den Kirchturm von Albrecht nicht mehr siehst, fühlst du dich unwohl, dann hast du heimatweh. Ja, ja. Und das war in der Tat so lange Zeit. Und diese Übergegänge sind dann fließend. Also ich habe in der Anfangszeit auch gedacht, ich bleibe jetzt drei bis vier, fünf Jahre hier und dann gehe ich wieder zurück. Bloß habe ich jetzt festgestellt, oder nicht jetzt festgestellt, hat sich so entwickelt, dass ich bin jetzt in Gammisch-Partenkirchen daheim. So. Der David fährt mit was für einem Auto oder bist du mit dem Zug angereist damals? Damals mit dem Mazda 323. Mazda 323 fährt, tagsüber schätze ich mal, hier über die Autobahn, sieht dann diese Berge, denkt sich, ja, könnte cool werden. Erste Nacht, erster Tag, erste Woche. Die Gammisch-Partenkirchen sind ja ein sehr treuer Menschenschlag mit Ecken und Kanten, was auch die Werdenfelser, sagen wir mal so, von ihrem Gegenüber sehr schätzen. Wenn man Ecken und Kanten hat, wenn es hart auf hart kommt, hält man zusammen. Aber Eindringlinge, sagen wir jetzt mal so, schaut man schon gerne zweimal an. Wie hast du das so? Eindringlinge aus dem Osten. Nein, 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 nein. Generell, Zweitwohnungsbesitzer, Gäste, Studenten, Neuankömmlinge werden schon zweimal angesehen. Und wie war es für dich? Weil es ist schon schwierig in Gammisch-Partenkirchen. Deswegen zu dem Thema Wildcard. Ich kenne und ich habe mich mit ein paar sehr langjährigen Wegbegleitern über dich unterhalten. Die haben gesagt, das ist ein netter Wunder, aber es schaffen nicht viele. Also, ich habe, glaube ich, am Anfang 2003 mit den richtigen Menschen Kontakt gehabt. Und da habe ich Gammisch-Partenkirchen kennengelernt, jetzt nicht aus der touristischen Sicht, sondern schon sehr aus der einheimischen Sicht. Und da war das schon, am Anfang schon, ja, das ist ein bisschen das Abtasten. Nur, es kommt immer darauf an, es ist, wie gibst du dich, wie trittst du irgendwo auf? Also, wenn ich jetzt überall mit Laut und mit der großen Trommel umherlaufen würde, dann würde das schwierig sein. Und zu schauen, dass du dich irgendwie integrierst, dass du einen Teil des Ganzen wirst. Das waren ja auch dann am Anfang, das waren echt harte Lehrjahre. Also, ich erinnere mich an das historische Fest in Partenkirchen. Ja. Als unser gemeinsamer Freund, der Nagelpeter und damaliger Tourismusdirektor in der Versammlung mit den Ortsvereinen Partenkirchen die Veranstaltung anmoderierte und sagte, ja, wir planen das für nächstes Jahr und, ja, der Stieler macht das. Da hat es mich auch erst mal aus allen Socken gekauen. Ich mache das und ich wusste ja damals schon, wie bedeutend die ganzen Vereine sind. Und das waren und sind, hoi, servus, also nicht wundern hier laufen, ab und zu noch Bekannte vorbei. Das waren und sind absolute Respektpersonen gewesen für mich, gell. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann geht das los. Und zugleich auch noch damals junger Spritzer, auch frisch von der Schule gemeint, ich weiß jetzt hier, wie das funktioniert. Und dann haben wir echt hier und da mal so die Teile der Vereinsmitglieder so ein bisschen die Wadelnferie gerichtet. Und das, ich wusste es, hoi, servus, ich wusste es, dass zum Beispiel die Emilie vom Mütterverein, die hat das dann auf so eine schöne, nette Art gemacht, mir zum einen mal zu zeigen oder zu sagen, so wie du das machst, das passt nicht ganz so daher. Ja, haben wir gleichzeitig die Chance gegeben, zu zeigen, dass ich verstanden habe, was sie mir mitgeteilt haben. Und das war, also ich glaube, ich habe das historische Fest für mich so als ein Schlüsselerlebnis ausgemacht, wo ich das gelernt habe. Erklär doch mal das historische Fest. Ach, das historische Fest ist, es geht um die Gründung von dem Ortsteil Partenkirchen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Scheiß erzähle. Und zwar geht ja die Handelsstraße von Augsburg nach Florenz, ging ja oder ging durch Partenkirchen. Damit war Partenkirchen in der damaligen Zeit ein sehr wohlhabender Ortsteil und damit deswegen auch ganz viele Wirtschaften. Und wir haben auch entsprechend die ganzen Händler. Und beim historischen Fest war die Idee oder ist die Idee, so diese mittelalterliche Zeit wieder aufleben zu lassen. Die ganze Straße wurde entsprechend dekoriert. Alle Menschen sind mit dem Gewand umhergelaufen. Die Werdenfelser Landsknechte haben Programme gemacht. Es gab in den Wirtschaften nur ausschließlich dunkles Bier in Tonkrügen und Wein. Es war ein buntes Treiben von Donnerstag bis Sonntag. Und du mittendrin. Und ich mittendrin, ja. War das so, kann man sagen, so der Einstand, deine Projektarbeit, deine, war das noch Praktikumzeit? Nein, nein, das war nicht Praktikum. Das war schon nachdem ich so richtig gearbeitet habe. Und jetzt wird es lustig für mich, weil ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Thema. Auf was? Hast du damals Dialekt gesprochen? Ja, den fränkischen Spracheinschlag, der immer noch zu hören ist. Und jetzt kommt die Frage, wo ich mich die ganze Zeit darauf freue. Du hattest ja einen Spitznamen. Ich hatte einen Spitznamen. Der Spitzname, viele kennen dich unter dem Namen, Lewinsky. Ja? Wie kommt es denn zu diesem Spitznamen? Ja, das ist relativ einfach. Ja. In der Zeit, in der ich Praktikum gemacht habe. Bei uns. Ja, du, ich bin lach. Aber schau mal. Haben wir eigentlich, was haben wir, es klimpert und scheppert. Es klimpert. Es gab ihn. Von meinem Freund. Was ist mit dir? Ein Rucksack, der klimpert und scheppert. Es gab bei uns jemanden, oder von meinem Freund Falk. In der Klasse war einer. Der hat einen Spitznamen. Auf jetzt mit dem. Der hat den Spitznamen. Klimper, klimper. Warum? Weil er in so einem Rucksack immer... Bierflaschen hatte. Er hatte zwei Flaschen Bier und zwei Flaschen Rotweil drin gehabt. Und es ging mit Klimper, Klimper. Ach, herrlich. Was wollen wir denn? Wollen wir was? Was leichtgängig ist oder was schade? Haben wir was von unserem Sponsor? Ja. Das ist nämlich das beste Bier. Pass auf, ich habe ja... Wir hüpfen jetzt durch die Themen durch. Also Lewinsky ist relativ einfach. Ich war 2000... Wir hüpfen gar nicht durch. Das hat eine komplette Struktur. Ich stelle mir zwischendurch. Wir kommen jetzt zum Sponsor. Das ist ja eine Entwicklung des Chorgartens, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte oder nie geplant hatte. von unserem Sponsor. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Also um das Thema Lewinsky mal abzuschließen. Das war 2003, war ich im Praktikum und Lewinsky ist ja sicherlich einigen bekannt oder schaut es mal nach. Mit dem Vornamen Monika. Bill Clinton hatte eine Affäre mit seiner Praktikantin Monika Lewinsky. Und ich war der Praktikant. Und hattest eine Affäre? Hatte keine Affäre. Ach so. Hast du jetzt gedacht, du deckst jetzt irgendwie die Mördergeschichte auf? Also im Grunde... Muss man ja... Als Chorner... Ja, wollte ich gerade sagen. Genau das. Muss man schon auch ein bisschen nachhaken. Okay, du hattest keine Affäre. Ich hatte keine Affäre. Es war einfach nur ein... Der Humor der damaligen Zeit. Lewinsky. Ich finde, der hat immer noch Daseinsberechtigung. Ich finde es sehr lustig. Und historische Fest ist damals unter dem Herrn Lewinsky gut gelaufen und du hast Blut gelegt an dem ganzen Garmisch-Partenkirchen-Thema, oder? Ja. Neben der Arbeit, also GARPA-Tourismus, Garmisch-Partenkirchen-Tourismus, GmbH inzwischen, kümmert sich... Schau mal, da ist jemand, den müssen wir mal grüßen. René, grüße euch. Hallo René. Gibt es natürlich neben deinem Arbeitsleben, das sehr, sehr intensiv war, du warst neben den damaligen Tourismusdirektor Peter Nagel eigentlich die ausführende Kraft mit deinen Kollegen natürlich, darf man immer nie vergessen oder schmälern, fürs BMW-Biker-Meeting, fürs Alpentestival und so weiter. Hast sehr viele wertige, tolle Veranstaltungen in Garmisch realisieren dürfen. müssen, müssen, aber es gibt ja auch ein Leben neben der Arbeit. Gibt es das? Und da komme ich jetzt zu dem Thema Challenges. David... Stopp. Nein? Nein, ich habe auch eine Challenge jetzt vor mir für mich. Ach so. Wie entscheide ich mich denn? Ja, nachdem ich ja relativ wenig... Lass uns da mal kurz dazu kommen. Ja. Es gibt einen Fanboy vom Hohrgarten. Bist du ein Fanboy, oder? Ach, das ist jetzt, das ist echt plump. Ja, ein Fanboy ist bekannt geworden durch diesen Rapper, der in Berlin einen Polizisten degradiert, verbal. Dieser Fanboy ist bekannt geworden durch Bier. Und zwar ist das der liebe Chris, der kommt aus der Nähe von Vorheim, der hat mich, der macht Biererziehung mit mir, fränkische Biererziehung. Ihr habt ja aus den letzten, in der Silvester-Ausgabe haben wir schon drüber gesprochen. Und das ist so ein... Einfach, da hat sich jetzt so eine Freundschaft daraus entwickelt und er ist öfter mal hier. Wir telefonieren zusammen und er hat Bier gesendet und dieses Bier haben wir jetzt hier. Seine Frau hat übrigens, das ist ja auch krass, ich habe ja Hohrgarten-Merch, da gibt's, hat sie ein T-Shirt gemacht, also da sind so meine... Liebe Zuschauer, wenn Sie sagen, das ist das T-Shirt, was mich in meinem Leben weiterbringen wird. Kann man dir auch eine E-Mail schicken, oder? Gibt's eine Haume. Eine Haume, das finde ich so geil, dass das passiert. Kann man bei dir bestellen, also ab 1000 Stück. Upsa. Ab 1000 Stück. Das sind Unikate. Ah, okay. Ja, ich nehme das Logia. Maria, oder Lucia. Lucia, Maria. Dir Bock? Ach, Bock. Das knallt. Wunderbar. 6,5 Prozent. Wunderbar, schön. Übrigens war ich in der, war ich, ach, pass auf, übrigens war ich in der Brauerei first und hab den Braumeister kennengelernt, super sympathischer Typ. In die Hand geschüttelt und seitdem nie wieder gewaschen. Ja, doch. Hat schon ein gutes, ja, ja. So, ähm, privat. Ja. Privat, wir sind die ganze Zeit schon privat. mhm. Aber, du wirst es nicht glauben, die Zeit rennt, also von unserem Interview, von unserem Hohrgarten. Ja, ich schau gerade, wir sind gut in der, also, ja. Ach, hast du hier auch? Na klar, sehe ich da ein bisschen was. Nee, ich sehe es eben nicht. Ich dachte nicht, dass das... Ach so, willst du es sehen? Nee. Willst du wissen, wo wir sind? Wie, also, ich kenne dich. Also, das Schöne ist, wenn man, ähm, liebe Zuseherinnen, zu sehr... Ich vergesse auch die ganze Zeit, dass du die Kamera mitlust. das ist ja das Schöne. Also, gut. Nee, das ist, also, schauen wir unsere Gäste an, die uns aber hören. Was machen wir denn? Ja, man kann es ja auch über YouTube übrigens anschauen. Also, der David hat, ähm, ich habe ja eine Sportart betrieben, die, äh, traditionell bayerische, äh, Steinhebe. Ähm, ja, das Steinheben, das bayerische, ähm, David hat, nicht böse gemeint, in meinen Augen, von den körperlichen Voraussetzungen her, weil er ein Ausdauersportler ist, weil er ein Läufer ist, ein sehr leichter Athlet ist, ähm, gesagt, er macht damit. Ähm, wir haben uns zusammen ein wenig vorbereitet und, was will man sagen, er war extrem Hopper, er war extrem erfolgreich, war sehr, sehr gut, tolle Leistungen, Steinheben. So, dann haben wir zusammen den, äh, in Bayer Sollen, Bad Bayer Sollen, äh, den Fünfkampf miteinander bestritten, ich Bank drücken, du Laufen. Da warst du auch gut. Ja, das war heftig, das war heftig. Aber gut. Fünf Kilometer rund um den See, das ist ja eher ein Sprint gewesen. Aber, ja, das haben wir zusammen gemacht, das stimmt. Dann, hast du 24 Stunden Rennen, ähm, ich weiß bloß nicht wo. Skiturnrennen am Tegelberg. Genau, äh, erklär kurz, um was es da geht. 24 Stunden, also wir waren im Zweierteam, der Alex mit dabei, ähm, am Tegelberg mit dem Tourenski, Berg hoch, runterfahren, hoch, runterfahren, hoch, runterfahren. Alpine, Alpine Run auch Finisher, oder? Nein, da war ich im Streckenteam. Nein, aber du hast irgend so einen, ähm, ich bin da nicht so affin in dem Thema, ähm, Lauf, äh, Competitions, du hast ja sehr, also einige, äh, Lauf Competitions, auch schon irgendwelche, Tourengeesprints, oder Berggeesprints, hast du dir auch schon absolviert? Ach, jetzt beim Laufen eher, was ich, mal sowas wie, wie ein Heimgartenlauf, oder ein Osterfelderlauf, oder mal ein Rennsteiglauf, Marathon, oder halt so ein bisschen, oder ein Marathon, oder so, das ist ja albern, hast du recht. Das ist schon viel Laufen, ich fahre beim Auto nicht so viel, wie du läufst. Nicht sowas Außergewöhnliches, wie jetzt der Trans-L-Pine-One, oder sowas. Was treibt dich zu diesem Extrem, es ist ja alles immer extrem, was, warum ist das so? Suchst du diese Challenge? Ist es nicht, nein, es ist nicht extrem. Das ist, also, das, finde ich, oder es ist irreführend, wenn du, Nein, lieber David, du gehst jetzt von dir aus, aber wenn du jetzt einen Postbeamten in Kastro-Brauxel fragst, wie er sich, der jeden Tag so seine Stulle isst, sein Bier trinkt, Ketten raucht, natürlich ist das auch wieder so ein Extrem, aber der Durchschnitt der Menschen macht sowas nicht und kann sowas nicht und besteht sowas auch nicht. Also von dem her ist es schon extrem. Okay, also, bloß in der Bubble, in der ich mich dann in dem Falle bewege, ist das nicht extrem. Du entwickelst dich halt pöer pöer da rein. Ich weiß es noch, ich bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen und habe mich da vorbereitet, war aufgeregt, ohne Ende, bin nach diesen 21 Kilometern ins Ziel gekommen, habe gedacht, ja, ich bin jetzt hier der Allerfetteste, ich bin der Allergrößte. Die Grenzen verschieben sich. Umso mehr du das machst, umso mehr Spaß du dran hast, dann werden irgendwann die Distanzen länger, du machst mehr Höhenmeter und das, dann hast du deinen ersten 30er gelaufen, dann bist du deinen ersten 40er gelaufen und denkst du, ja, es geht ja, ist ja gar nicht so schlimm und damit, also, Was heißt, es ist nicht schlimm, wenn du 30er und 40er laufen? Ich würde mit meinen Kniescheiben wahrscheinlich Passanten erschießen. Also wirklich, also ich finde das, du sagst das so selbstverständlich, gut, jetzt komme ich ja, weil ich ein schwererer Typ bin, auch so aus dem Kraftsportbereich, aber das machst du ja auch noch und das ist ja das. Also ganz klar, das ist kein Spaziergang. Da gehört schon viel Vorbereitung dazu, bloß das Schöne ist, wenn du das Training oder Vorbereitung nicht als dieses siehst, sondern sagst, geil, ich kann hier raus, schau, wo wir jetzt hocken. Wir haben zum Beispiel unseren Stammtisch sonntags oben am Bank und da sind wir, treffen wir uns sonntags zwischen 12 und 14 Uhr und jeder kommt da hoch, geht da hoch, wie er mag. Jetzt kann ich direkt auf den Bank gehen, dann sind das irgendwie 5 Kilometer und 1000 Höhenmeter oder ich laufe halt irgendeine Runde, wo ich dann auf 25 Kilometer komme oder wo ich auf 10 Kilometer komme, an den Bank hoch zu gehen und das mache ich einfach mit Spaß und so wie wir hocken. Das ist ja genau das, was ich meine, da fängt es ja bei mir schon an. Nach einem Kilometer ist es bei mir schon vorbei. Also weißt du, was ich meine? Ich bin schon ehrgeizig, aber nicht so vielseitig. Ja, ich bin da auch ein bisschen zurückhaltend, weil ich mache das für mich und nicht irgendwie, um damit in der Öffentlichkeit zu sagen, schau mal, was ich für ein geiler Typ bin, weil es gibt so viele Menschen, die es noch besser machen und da noch besser sind und da noch besser sind. Natürlich, aber ich kenne wenige Bergläufer, die Steine heben. Das ist das. Aber das ist wahrscheinlich... Ich glaube, du bist der Einzige auf der ganzen Welt. Das kann gut möglich sein. Stimmt, du bist der Einzige auf der ganzen Welt. Das sollte man mal rausstellen. Der Einzige Bergläufer, der Steine heben ist. Ja. Und das war, also da bin ich, weiß ich noch ein Jahr, da war die Familie Stieler sehr erfolgreich. Da kam mein Bruder sogar noch dazu. Weiß ich noch. Brandenkirchen. Da haben wir, also auch für den ersten Platz hat es nicht gelangt, aber Stieler Platz zwei, Stieler Platz drei. Du warst Wahnsinn. Wahnsinn. Mein Bruder auf dem dritten Platz mit der Vorgeschichte Gewichtheber gewesen früher. Aber total unterschätzt und du hast es allen gezeigt. Weil jeder, beim Steine heben ist es ja schon so, der Zuschauer bis auf den Freundeskreis freut sich ja eigentlich. Dadurch entsteht ja auch diese Dynamik, diese Stimmung, wenn der auf der Bühne versagt. Also zum Steine heben, wir reden ja so selbstverständlich vom Steine heben. Also bayerische, urtraditionelle, vom Steirer Hans, Sportart, 18. bis 19. Jahrhundert, so 1895 bis 1905 entstand das in München beim Steirer Hans, der mit einem Finger, das war der bayerische Herkules, mit einem Finger 254, äh, 504 Pfund, na 508 Pfund, Entschuldigung, 508 Pfund mit einem Finger hochheben konnte und daraus entstand dann der Steine heben. Nur mal so ein geschichtlicher Hintergrund und, ähm, der David hat das einfach durchgezogen und war sehr, sehr erfolgreich. Ich hab's nicht einfach durchgezogen, ich bin durch dich dazugekommen, weil du das ja organisiert hast in, in, ähm, im Partenkirchen damals. Ja, ja. Und, ja, also Challenges, es gibt Dinge, wo ich mir denke, ach geil, das mag ich mal probieren. Das ist auch eine meiner Fragen. Also dieses, also wichtig ist, das neugierig sein, das neugierig sein und einfach mal, einfach mal machen. Ich bin zum Berglaufen gekommen, ähm, weil der Andrew Sime zu mir gesagt hat, mach's doch mal. Der Andrew Sime, ähm, hat er ja, das Osterfelder Restaurant, ist ein, ein Schotter, der seit 33 Jahren hier in Garmisch-Partenkirchen ist, hat, hält, glaube ich, die Bestzeit damals beim Osterfelder Lauf, das sind 12 Kilometer und 13 Kilometer. Ist er zur Arbeit hochgelaufen? Stell mal so zur Arbeit hochgelaufen, ist im Winter mit Skitouren, mit Turnski hochgelaufen und da hatte ich ja, weißt du, mit der Bolzen ist, hat er, hat er geschaut, wo ich gesagt, ey, das kann ich nicht laufen und dann hat er gesagt, komm, klar kannst du das. Also habe ich es gemacht und in dem Falle ja auch so, Storheben, ähm, kannst, traue ich mich nicht oder weiß ich nicht, ja, komm vorbei. Dann haben wir bei dir im Stadel unten und dann die Trainings gemacht und dann einfach mal probiert und dann halt auch einen Gefallen dran gefunden und dann, um die Worte meiner Mama wieder herzunehmen, da habe ich halt meine Bühne und da ist es, mir ist es halt auch scheißwurscht, ob ich, also nicht scheißwurscht, klar ist es geil, wenn du auf dem Stockerl stehst, bloß in dem Falle, auch wenn ich das Teil auch nur 10 Zentimeter rausziehen würde, ich ärgere mich danach, dass es nicht mehr war, bloß einfach das machen, das ist, das ist doch die Freude. Garmisch, sensationell, aber nachdem wir leider nicht unendlich Zeit haben, möchte ich noch ein Thema. Ja. Alle, die dich privat kennen, wissen, dass ich gerne Bier trinke. Werden sich freuen, dass ich dieses Thema angesprochen habe. Woher kommt diese unermessliche Leidenschaft zum Tanzen? Deswegen in meinem Intro, der auf jeder Hochzeit tanzt, nicht nur beruflich, sportlich, sondern auch wirklich tanzt. Die Leidenschaft zum Tanzen kommt durch die Kirmes. Wir haben, also bei der Kirmes war das Tanzen ein ganz wichtiger Bestandteil. Und da es ja in jedem Dorf eine Kirmesgesellschaft gab, ging es immer darum, dass du dich irgendwie von den anderen abhebst. Und wir hatten uns damals, also in dieser Truppe, die damals zusammen gewesen ist, bei uns war so ein, war wirklich das Thema, dass wir, wir haben die schönsten Kirmes-Mädels, wir sind die Jungs, die am ordentlichsten angezogen sind und wir können alle tanzen. Und wir hatten die Katja und die Yvonne damals mit dabei, die waren bei der Garde, bei der Karnevals oder Faschings, also Karnevalsgarde in Suhl und die können einfach tanzen und auch viele Jungs damals konnten schon tanzen und wir haben das geübt, 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 bis es, also bis es uns fast angekotzt hat. Bloß das war, das war ganz wichtig und damit entsteht dann diese, diese Freude, wenn du merkst, auf einmal es geht und das Tanzen, es gibt ja dieses 1-2-3-Dip, 1-2-3-Dip oder es gibt das, das raumgreifende Tanzen, das emotionale Tanzen und da, da habe ich einfach Freude dran und das, das hat sich über die Kirmes dann viele Jahre entwickelt und so die, das für mich mit, krasseste, was wir gemacht haben, wir waren ja, oder auch, das ging mir das unterscheiden, es gab eine Kirmes und eine Nachkirmes und dann gab es Kirmes und Nachkirmes. die war dann so vier, sechs Wochen nach dieser normalen offiziellen Kirmes. Da gab es einen Zuschauerschwund. Also ihr seid schon auch sehr kreativ gewesen im Sinne von Events, dass man was trinken kann. Dass man was trinken kann, genau. Und dann gab es dann den Besucherschwund und dann haben sich die Kirmes-Gesellschaften alle so ein bisschen überlegt, was können sie denn machen. Also gab es einen sogenannten Kirmestanz, der war, bis auf der in Albrechts waren die alle recht schlecht. Weil wir halt die zwei Mädels von der Garte hatten, die uns da wirklich getriezt haben. Und die ersten von uns waren auch schlecht, wo sie am Ende immer besser wurden. Und bei einem der letzten Tänse war der Programmchef von dem Sula-Karnevals-Club da und hat den Tanz gesehen. Er hat gesagt, den Tanz mit den Jungs will ich mit unseren Mädels. Und da haben wir dann angefangen und haben so ein Tanzprojekt gehabt, also die Burschen von der Kirmes-Gesellschaft mit den Mädels vom Sula-Karnevals-Club, von der Garte. Und da haben wir das erste Mal dann auf einer, ja, nicht auf einer Gerüst, aus Gerüstteilen zusammengezimmerten Bühne gestanden, sondern auf einer riesengroßen Bühne in einem Kongresssaal, wo dann, oder in einer großen Halle, wo, keine Ahnung, zwei, dreitausend, zweitausend Leute oder so, ich hoffe, nicht, dass ich jetzt, ich mag jetzt nicht zu selber treiben, aber wo dann Leute sitzen, die wirklich, die 30, 40 Euro Eintritt gezahlt haben und das Programm zu sehen. Wollen ja auch was sehen. Wir waren ein Teil des Programmes und haben das über fünf Jahre, glaube ich, haben wir dieses Tanzprojekt gehabt, was dann immer aufwendiger, immer größer wurde und mit zum Teil dann 15 Minuten langen Tänzen mit Umziehen und sowas und das, da ist wieder diese Bühne und ja, Tanzen. Und auch wieder eine Challenge, mein Freund. Vielleicht, ja, mag eine Challenge sein, ja. David, wie viele Minuten haben wir denn? Eine Stunde sieben habe ich jetzt gerade hier drauf. Lieber David, 50 Folgen Horgarten, ich stelle dir jetzt nicht die Frage, wer war von den 50, was ist dir da, bla bla bla, nein, sondern, gibt es weitere 50? Mindestens. Mindestens? Ja. Du hast Ideen, du strahlst dann auch bei dem Thema immer so, weil es ist ja dein Baby, äh, wie kommst du auf die Leute? Gehst du mit offenen Augen durchs Leben und denkst dir, okay, der, 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 ähm, passiert das abends, beim Fernsehschauen, passiert das nachts, wann kommt dir das ganze Thema, wer interessant für andere Menschen wäre? Also, Horgarten bin ich irgendwie mittlerweile 24 Stunden am Tag. Das, das ist, also wie du sagst, das ist ein Baby und das, das macht mir so viel Spaß, mich mit den Menschen zu unterhalten, die Geschichten von den Menschen zu hören und dadurch werde ich mit der Zeit, glaube ich, auch ein bisschen sensibilisierter. und ich sehe was oder ich lerne jemanden kennen, wo ich denke, das würde ganz gut passen. Mit nahezu jedem Gesprächspartner kommen nochmal neue dazu, weil jemand sagt, hey, da kenne ich noch jemanden, da kenne ich noch jemanden oder ich entdecke irgendeine Geschichte, wo ich denke, das könnte, das könnte passen und so entwickelt sich das, oder so kommen die Gäste halt immer zusammen. Was im Nachhinein, nach 50 Folgen, wenn du jetzt die ersten 2, 3 Folgen anhörst, denkst du dir, oh Gott, oder denkst du dir, nee, war eigentlich okay, im Gegensatz zu jetzt? Ich denke, also ich denke nicht, oh Gott, sondern es gibt ja Menschen, also auch gerade vom Podcast, die so die ersten Folgen gelöscht haben, also sich dafür schämen. Ich finde es eher schön zu sehen, wie sich das entwickelt, also die ersten Folgen, also damals mit dir, die Vorbesprechung, wir haben stundenlange Vorbesprechungen gemacht, um zugleich zu sagen, was sind die Eckpunkte und auch gleichzeitig die Freiheit zu haben der Gesprächsthemen. Ich finde es ganz, ganz cool, wie sich das, also wie sich meine, meine Rolle so ein bisschen verändert hat oder wie eine gewisse Lockerheit reinkommt und das wichtig ist, dass die Veränderung auch da ist. Wenn das stehen bleibt, so wie es immer war, dass die Welt drum herum dreht sich und da ist es wichtig, einfach mitzugehen und die Veränderung auch dann zuzulassen, ohne dass der Kern, verloren geht. Ich habe mir übrigens eigentlich gewünscht, dass du dir heute auch deinen Bart so zwirbelst wie ich. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Ich freue mich aber schon auf die nächste Silvester-Podcast-Folge, wo wir alle dann mit zwirbelnden Bäden da sitzen. Grüße an den Christian. David, mein nächstes Ziel ist dich zur hundertsten Folge nochmal zu interviewen, weil wir jetzt alle so ein bisschen angeschnitten haben. Ich meine, die Zeit ist begrenzt, das ist auch klar. Aber es gibt noch so viele Geschichten. Fasching, Hornschlittenrennen. Es gibt noch so viele Facetten, die wir von unserem David noch nicht kennen. Aber witzigerweise bist du bei vielen Sachen damit beteiligt. Ja, ja gut, das ist ja so. Aber es gibt auch so viele Sachen, wo viele Leute nach wie vor nicht wissen. Es ist definitiv so, dass Horgarten ist eine Bereicherung von meiner Sicht aus für das Werenfelser Land, für Deutschland, für die Welt. Bald auch in 17 Sprachen erhältlich auf DVD. Der 50. Podcast kommt raus am 5. Mai. Das ist bald. In Kürze. In Kürze. Und das erste Mal mit Bild. Erster Video-Podcast. Also das ist echt das Next Level. Next Level. David, ich wünsche dir nur das Beste, nur das Allerbeste. Das weißt du. Nicht nur privat, sondern auch für den Horgarten eine sensationelle Geschichte, die, finde ich, so ein bisschen einer vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte ähnelt. Medial gesehen, von der Idee her gesehen. Und bitte, bitte David, lass dich nicht verbiegen und bleib deinem Stil treu. Es ist für mich eine Ehre, heute noch mit dir den ein oder anderen Takt zu sprechen. Es gibt nämlich nach diesen Podcasts, nach diesen Unterhaltungen, gibt es schon immer sehr viel Redebedarf, weil man nochmal alles so ein bisschen sich durch den Kopf gehen lässt, was besprochen wurde. Und da freue ich mich jetzt drauf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer, Gender 1A, ich möchte mich von meiner Seite aus von Ihnen verabschieden. Es war ein wahnsinnig schöner Plausch hier im wunderschönen Garmisch-Portenkirchen auf der Eckenhütte und bleiben es definitiv dem David und seinem Horgarten treu, denn das ist was, was ich sage immer, von uns für uns. Lieber David, vielen, vielen Dank. Marco, möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße einfach alle, die regelmäßig zuhören, die Spaß dran haben und die mir damit die Freude bereiten, das immer wieder weiterzumachen. Danke dir, Marco, für dieses Gespräch, für dieses Platzsal. Wahnsinn. Gestern haben wir noch beim Pizzamachen zusammengesessen, also nicht der Marco und ich, sondern meine Stammtischfreunde, die möchte ich jetzt. Ja, also muss man schon mal. Aber ich habe ja schon gesagt, wenn ich jetzt alle Freunde und Menschen grüße, die mir nachstehen und dann bin ich ja zwei Stunden beschäftigt. Das ist so beliebt, das geht jetzt auch nicht. Die Dodo und den Luzi, die Judith und den Alex und den Felix und dann den Andy und den Ruben und den Witsch und den Max und die Martina und den Marco und den Nick und haut es einfach rein. Prost, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das ist so beliebt, wenn ich jetzt Japze dann können es ja diackig Suffrapp und weil und lieb